Wir definieren Luxus über Handwerkskunst und Qualität. Jedes Schlossberg-Produkt ist in unseren Augen ein kleines Kunstwerk, für das wir uns Zeit nehmen. Wir haben alle den gemeinsamen Anspruch, etwas Wertiges zu schaffen, das unsere Kunden täglich bereichert und ihnen Freude macht. Jedes bei Schlossberg hergestellte Produkt stellt hohe Anforderungen an die Konfektion. Um eine gleichbleibende Qualität in der Verarbeitung unserer Stoffe gewährleisten zu können, brauchen wir Partner, auf die wir uns verlassen können und die spezialisierte Fachkräfte beschäftigen. Gleichzeitig ist es uns ein großes Anliegen, die Produktion in Reichweite zu wissen. Der nur wenige Kilometer von Wien und Bratislava entfernt gelegene modernen Nähbetrieb mit ca. 100 Mitarbeitern und dem Hauptsitz in der Schweiz liegt daher optimal. Die Transporte erfolgen effizient auf dem Landweg und müssen nicht um die halbe Welt fliegen. Made in Europe – darauf legen wir bei Schlossberg großen Wert. Die professionellen Näherinnen fertigen jeden Schlossbergbezug und jedes Fixleintuch von Hand. Nichts wird vollautomatisch gefertigt. Für jeden Auftrag werden die Stoffe abhängig von den Größenwünschen abgemessen, auf Fehler überprüft und von Hand zugeschnitten. Die Zuschnitte sind dann bereit für die Näherei. Der Zuschnitt für das Fixleintuch weist eine raffinierte Spezialform für die Komfort-Ecken auf. Daher sitzt das hochwertige Jersey Royal Fixleintuch wie angegossen auf jeder Matratze. Und im Unterschied zu herkömmlichen Fixleintüchern wird der Gummi, ein 100% natürliches Kautschukwand, nicht nur in den Tunnel eingezogen, sondern fest vernäht. Somit kann sich der Gummi nicht verdrehen oder zusammenziehen. Ein feines Detail, das aber in der Handhabung den großen Unterschied ausmacht. Unter modernsten Arbeitsbedingungen wird jede einzelne Naht präzise und mit dem höchsten Anspruch an Ästhetik gefertigt. Alle Ecken werden mithilfe der Overlock-Naht verriegelt, das heißt versäubert, damit keine unschönen störenden Fäden zurückbleiben und präzise abgeschnitten. Diese Handarbeit ist ein Teil des Erfolgsrezeptes von Schlossberg. Die Reißverschlüsse werden mithilfe modernster Technologie angebracht. Die Enden des Reißverschlussbundes werden präzise ausgestanzt, die Spiralen verschweißt, die Metallriegel an beiden Enden angebracht und in einem weiteren Arbeitsschritt der Titanschlitten eingesetzt. Bei fachgerechter Behandlung, Schieben beim Öffnen und Schließen beim Waschen funktioniert dieser hochwertige und funktionale Reißverschluss lebenslang. Dafür garantieren wir. Es sind die vielen kleinen Besonderheiten und liebevolle, smarte Details, die den luxuriösen Charakter eines jeden Schlossbergprodukts verstärken. So werden zum Beispiel in jedem Deckbett kleine Schlaufen an den inneren Ecken angebracht, mit denen man den Bettinhalt am Bezug fixieren kann. Einfach zum Beziehen, komfortabel in der Nutzung. Individualität und Custom-Mate-Bettwäsche stehen im Vordergrund der Schlossberg-Bourdon-Linie. Die fein gearbeitete Ziernaht lässt um den Kissenbezug und das Deckbett einen eleganten Stehsaum entstehen. Viele Konfektionsvariationen und Farbkombinationen ermöglichen die Gestaltung einer ganz persönlichen Schlossberg-Bettwäsche. In einem letzten fertigen Schritt werden die konfektionierten Produkte nochmals kontrolliert. Kissen werden aufgebügelt und dann an die Verpackungsstation weitergegeben. Bei Designs mit Mustern wird hier genau darauf geachtet, dass im Sichtfenster der Verpackung ein schönes Sujet zu sehen ist. Und nun geht die Reise für das fertige Schlossbergprodukt in die Schweiz. Zweimal in der Woche fahren die Transporter. So können wir eine optimale Auslastung und einen schnellen Service garantieren. Wir verbringen ein Drittel unseres Lebens mit Schlafen. Grund genug, sich schön und gesund zu betten. Schlossberg, Switzerland